Bezug 94 bin ich jetzt seit dem Sommer 2020. Meine fussballerische Karriere habe ich mit Fifi beim FC Kicks Luzern angefangen. Dort habe ich sieben Jahre gespielt und bin dann zu Luzern gewechselt in die U13. Dort habe ich meine Nachwuchsausbildung gemacht 9 Jahre lang. Dann bin ich zum SC Kahn und seit der nächsten Sommer bin ich hier. Mein Lieblingsspieler ist Cristiano Ronaldo. Ich denke über viele andere. Er wächst vor allem wegen seiner Einstellung. Er hat zum Fussball, dass er nach 15 Jahren immer noch Motivation hat, immer besser zu werden jeden Tag und alles dafür macht. Der Spiel, welcher unbedingt immer alles hat, Bezug auf ihn zu spielen. Ich denke jetzt, als Lionel Messi ablösenfrei wird, im Sommer ist unser Sportgeschäft der Beste schon dran. Dass Messi zu uns auf die Zukunft kommt. Für die Zuschauer wäre es toll, wenn sie einen Leiter im Stadion erleben könnten. Für uns Nitspieler denke ich mir nur so, wenn ich mir vorstelle, wenn ich in der Verteilung spiele und in Messi den Ball gebe an der Mittellinie und er ein Treibung ansetzt bis in 16 Jahren und ein Goal schiesst, hätte es sicher auch geholfen, wenn ich das verfolgen kann. Mein Lieblingsverein ist Manchester United. Es ist seit ein wenig auf. Ich weiss noch, die erste Ringe, die ich vorhin habe, ist im Champions League Spiel. Den Gegner weiss ich nicht mehr, aber ich weiss noch, dass sie am Schluss gewonnen haben und das ist das Einzige. Ich denke, das ist wichtig für jeden einzelnen Spieler, dass er Vertrauen hat für seine Teamkollegen. Und als Team, dass man das Vertrauen hat ineinander. Nur so kann man in schwierige Situationen im Spiel, wenn es mal nicht läuft, bestehen und so kann man erfolgen. Ich wünsche mir für den Verein Zug 94, dass alle Mitglieder gesund bleiben, dass wir einen guten Rückrunden spielen können, alle zusammen von der F-Union bis zur Erstmannschaft. Und ich wünsche mir, dass wir uns im Stadion wieder treffen können und schöne Erlebnisse zusammen feiern können. Moment. Vielen Dank.